Erzählt mir mal ein bisschen was über Sie. Sie kommen woher? Ja, wir kommen aus dem Allgäu. Aus dem Allgäu. Und sind extra angereist für die Kanzlerin. Genau. Was waren Ihre Beweggründe? Ja, wir interessieren uns halt für Politik und wir würden Ihnen gerne diese Blumen überreichen. Als Zeichen, dass wir Ihnen Wertschätzung entgegenbringen und wir erwarten auch von der Regierung, dass sie den Menschen auch Wertschätzung entgegenbringt. Denn nur im Miteinander und in der Gemeinschaft, denke ich, können wir gemeinsam wachsen und die Herausforderungen, die auf uns warten, umsetzen, erfüllen.